Wir müssen es früher noch wissen, wie der Vorfeld über lange Anlauf im Vorwärmsicht, oder? Können Sie die Kerze wechseln, das Warmlauf verlassen, oder ist das nicht möglich? Naja, es wird ja zum Warmlaufen, wir müssen es nicht wechseln. Aber nochmal sehr, ganz gut. Und das ist auch das Vorfeld. Wir wollen die Wärmsicht, aber auch am Garten nehmen. Die Oberstelle ist groß, also normal. Ja, ja gut, das hat gute Gründe dazu. Aber langsam würden, das ist ja so tieflich. Also herzlichen Glückwunsch und einen Applaus noch für die beste Option.